Oh? Nein! Oh mein Gott, Nathalies Make-up! Wie bitte? Laila? Nein, gib es mir, es gehört mir! Nein, du musst teilen! Nathalie will ihr Make-up wieder haben, aber Laila gibt nicht auf! Nein! Die Wand! Oh nein, Nathalies Lippenstift ist ruiniert! Und auch die Wand! Vielleicht hab ich einfach... Nein! Nathalie versucht ihn abzuwischen, aber das macht es nur noch schlimmer! Oh mein Gott, das ist alles deine Schuld! Nein! Laila ist bereit, sich zu wehren, aber halt! Die Poolnudel bringt Nathalie auf eine Idee! Ich weiß was! Lass mal sehen! Nathalie schneidet die Nudeln in zwei Hälften, bringt LED-Lichter in der Mitte an und befestigt sie an der Wand! Wahnsinn! Sie hat einen Regenbogen aus den Nudeln gemacht! Und ein paar Wolken am Ende! Wahnsinn! Das ist sehr niedlich und hübsch! Jetzt können sich die Mädchen entspannen und ein bisschen Geschwisterzeit miteinander verbringen! Mama räumt ihren Kleiderschrank auf, während Laila auf dem Boden spielt! Was ist das denn? Kett! Oh, ein Koffer! Vielleicht ist da ein Schatz drin! Wow! Oh! Tut mir leid, Laila! Hier ist kein Schatz, nur ein weiterer Koffer! Und in diesem... ist auch nichts drin! Ah! Oh nein! Sieht aus, als ob Laila festsitzt! Was? Schnell, Mama! Du musst Laila befreien! Komm, komm! Ich werde dir helfen! Gar nicht so einfach! Oh, geschafft! Oh, dieser Koffer! Mama ist bereit, ihn wegzuwerfen! Aber dann... Oh? Ich hab's! Es sieht aus, als wolle Mama diesem verstaubten Koffer ein neues Leben geben! Sie nimmt etwas Farbe! Okay, jetzt bin ich ziemlich neugierig! Viel besser! Aber das ist noch nicht alles! Mama dekoriert den Koffer mit ein paar Aufklebern! Das ist schön! Ein flauschiges Kissen und noch ein herzförmiges Kissen! Ein Einhornsticker für den letzten Schliff! Und wir haben einen einzigartigen, süßen, kleinen Sessel! Wird der Laila gefallen? Schauen wir mal! Mach die Augen auf! Mama wird es leider in den Koffer öffnen, aber sie erhofft sich nicht mehr viel! Aber sie versucht es trotzdem! Wow, das ist so schön! Ich liebe es! Juhu! Laila mag es! Oh! Es sieht so gemütlich aus! Die Umgestaltung war ein Erfolg! Oh, was haben wir denn hier? Laila ist im Zimmer ihrer Mama und probiert den ganzen Schmuck von ihr aus! Aber du legst ihn besser zurück, denn Mama kommt gleich! Oh nein! Schnell, Laila! Du willst doch nicht in Schwierigkeiten geraten! Puh, gerade noch rechtzeitig! Hey, Mama! Hä? Mama ist fertig zum Aufbruch, aber sie braucht noch einen letzten Schliff! Ich brauche eine Halskette! Schauen wir mal! Mama sieht, dass ihr ganzer Schmuck verheddert ist! Und es würde ewig dauern, ihn zu entwirren! Oh nein, ich sehe schrecklich aus! Hahaha! So sieht es lächerlich aus! Oh, was soll ich tun? Hä? Ein Stickrahmen? Ich weiß! Mal sehen, was Mama sich ausgedacht hat! Sie nimmt den Stickrahmen und legt etwas Stoff darauf! Befestigt ihn mit einem zweiten Rahmen, nimmt eine Schere und schneidet den überschüssigen Stoff ab! Sie nimmt ein paar Perlen und legt sie zur Dekoration an den Boden! Das sieht interessant aus! Wow! Wow! Jetzt nimmt sie noch etwas Heißkleber und fügt ein paar hübsche Bände hinzu! Das sieht toll aus! Yeah! Sie wird noch kreativer und fügt noch ein paar bunte Federn hinzu! Oh, das sieht aus wie ein Traumfeier! Aber eigentlich ist es ein Schmuck-Organizer! Oh, ich bin so kreativ! Hä? Mama, es tut mir leid! Ich habe aus Versehen einen danach Ohrringe genommen! Gut, dass du reinen Tisch machst, Leila! Mach dir keine Sorgen, häng ihn einfach dahin! Okay! Au! Das war auch eine gute Lektion in Sachen Organisation für Leila! Leila und ihre Eltern chillen auf dem Bett, aber Papas Nacken tut weh! Vielleicht klaut er einfach ein Kissen von Leila? Hm! Oh nein, das kann ich nicht tun! Aber Mama hat auch ein Kissen! Ich nehme das hier! Was? Autsch! Oh, viel besser! Ja, und eine Decke! Nein, gib sie mir zurück! Papa fühlt sich schon wieder unwohl! Und jetzt verprügelt Leila ihn und lässt ihn nicht in Ruhe! Armer Papa! Hör auf! Das kannst du Papa nicht antun! Aber die Poolnudel bringt Mama auf eine Idee! Ich weiß was! Was hat sie sich einfallen lassen? Mama spaltet die Nudel in zwei Hälften! Dann befestigt sie sie an der Bettlehne, fügt noch mehr hinzu und noch mehr, bis die ganze Lehne mit bunten Nudeln bedeckt ist! Hübsch! Und jetzt eine Decke! Mama tackert eine Stoffdecke über die Nudel! Und wow, das sieht hübsch aus! Probier's aus! Okay, mal sehen! So gut! Papas Hals tut nicht mehr weh! Leila gesellt sich zu ihnen! Oh, wie süß! Leila sieht sich ihre Lieblingssendung an, aber Nathalie hat andere Pläne und übernimmt den Controller! Nein! Gib ihn mir! Ich bin älter! Ups! Sie haben den Lampenschirm kaputt gemacht! Oh nein! Was werden sie tun? Mama und Papa werden sauer sein! Was hast du getan? Es war deine Schuld! Halt die Klappe! Wie benutze ich das? Denkst du, was ich denke? Nehmen wir sie! Die Mädchen klauen Papas Essstäbchen! Ja, bringen wir das in Ordnung! Was? Die Mädchen brauchen ein paar Essstäbchen! Die haben sie Papa gerade weggeschnappt! Sie schneiden sie in kürzere Stücke! Was haben sie vor? Etwas Heißkleber hinzufügen? Wird es wirklich funktionieren? Sie kleben sie zusammen! Fügen noch etwas hinzu! Und etwas Farbe! Und wow! Wir haben einen brandneuen Lampenschirm! High Five! Und hier ist Mama! Oh, was wird sie wohl dazu sagen? Hä? Was? Sie sieht ihn sich an! Was, wenn er ihr nicht gefällt? Was? Wow! Das ist ja toll! Ich liebe es! Dankeschön! Für was? Papa versteht nicht, was los ist, aber Lila fordert ihn auf, schnell mitzumachen! Oh, ja! Ich hab's gekauft! Oh, danke, danke! Das hat ja gut geklappt! Du Glückspilz! Mama bricht zu ihrer Reise auf und Nathalie verabschiedet sich! Oh, ich hab etwas vergessen! Hier, du wirst für meinen Kaktus verantwortlich sein! Vergiss nicht, ihn zu gießen! Mama geht und Nathalie? Juhu! Oh, endlich allein zu Hause! Zeit wird etwas Spaß! Oh, Mädchen! Nathalie interessiert sich überhaupt nicht für den Kaktus! Sie hat andere Pläne! Zum Beispiel ein bisschen vor dem Fernseher verbringen! Ein paar gute Spiele spielen! Okay, nach links! Ja! Und ein paar Selfies natürlich! Und etwas Zeit in der Stadt! Oh, was für ein perfekter Tag! Hä? Sie hat ganz vergessen, den Kaktus zu gießen! Und Mama kommt zurück! Heute! Es scheint, als ob Nathalie in Schwierigkeiten steckt! Komm schon! Ich glaube nicht, dass das helfen wird! Er ist schon tot! Oh, ich weiß! Poolnudel? Gehst du jetzt schwimmen? Oh, okay! Nathalie nimmt einen Blumentopf und einen Messbecher! Sie schüttet etwas Farbe hinein! Alle möglichen Farben! Und schüttet sie über den Topf! Wartet etwas! Und? Wir haben einen wunderschönen Blumentopf! Jetzt nimmt sie eine Poolnudel und schneidet sie wie einen Kaktus! Na, das sieht interessant aus! Dann steckt sie einen Holzstab hinein und bemalt die geschnitzte Nudel! Das sieht schon hübsch aus! Tolle Idee! Aber sie ist noch nicht fertig! Nathalie schneidet Holzstäbe in kleine Stücken und steckt sie in die Nudel! Und hier haben wir einen ziemlich coolen neuen Kaktus! Jetzt setzt sie ihn in den Topf und fertig ist er! Tolle Arbeit! Hey, ich bin zu Hause! Hallo, mein Schatz! Ich hab dich so sehr vermisst! Und auch meinen Kaktus! Hä? Er sieht ein bisschen... Na ja... Lebendig aus! Toll gemacht! Ich hab ein Geschenk für dich! Nathalie ist sehr erleichtert! Hä? Oh nein! Noch eine Blume? Wir wissen bereits, dass Pflanzen nicht ihr Ding sind! Leila spielt auf dem Boden, während Papa mit seinem Telefon beschäftigt ist! Oh ja, ich werd gewinnen! Oh! So langweilig! Leila ist nicht glücklich, darüber ganz alleine zu spielen und bittet Papa, ihr Gesellschaft zu leisten! Aber du weißt ja... Gamer! Aber sie gibt nicht auf... Komm schon, Papa! Okay! Ah! Papa hat sie auf die Legosteine gekniet und wir alle wissen, das tut sehr weh! Wie ist es möglich, so zu spielen? Zeig mir deine Knie! Was? Nee! Mein armes kleines Mädchen! Papa muss etwas dagegen tun! Okay, versuchen wir es mal so! Knie dich hin! Ein bisschen besser, aber Leila fällt einfach von der Nudel! Nein, ich will das nicht! Hm, Leila hat das nicht funktioniert! Aber vielleicht fällt Papa ja noch etwas ein! Ähm, was wäre wenn... Ja, ich weiß schon! Ich glaube, Papa hat die Lösung! Er nimmt eine Poolnudel und schneidet sie in zwei Hälften! Nun, das sieht interessant aus! Wird das wirklich funktionieren? Dann in kleinen Stücken... Oh, das sieht gut aus! Wow! Ein ganzer Poolnudel-Teppich! Wahnsinn! Das könnte funktionieren! Leila scheint es zu gefallen! Jetzt können sie auf dem Boden spielen, ohne sich die Knie zu verletzen! Was für eine clevere Idee! Sieht sehr gemütlich aus! Natalie versucht ein paar Selfies vor ihrem Spiegel zu machen! Sie braucht etwas Neues für ihre Social Medias! Ach! Aber der Spiegel ist zu klein! Ich kann nicht glauben, dass sie aufgegeben hat! Oh, sie ist wieder da! Und sie hat einen großen Spiegel dabei! Ach, pfuh! Natalie ist müde, aber nicht zu müde für Selfies! Hä? Ein Dollar, wie auch immer! Der Spiegel sieht ziemlich alt aus, aber vielleicht reicht er ja! Hä? Nein! Eww! Dieser Spiegel ist zu alt und schmutzig und ruiniert ihre Bilder! Aber sie braucht dringend einen neuen! Natalie braucht eine Lösung! Aber schau! Leila malt auf den Spiegel! Oh nein! Was machst du da? Ich weiß es nicht! Willst du mitmachen? Das kannst du nicht machen! Natalie schimpft mit Leila! Aber dann hat sie eine Idee! Ich weiß was! Was hat sie sich einfallen lassen? Oh, sie malt selbst auf den Spiegel! Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist! Aber mal sehen! Ja, so befriedigend! Wird es wirklich funktionieren? Oh, das sieht wirklich sehr schön aus! Gut gemacht, Natalie! Und sie fügt noch ein paar Lichter hinzu! Sieht interessant aus! Schön! Fast fertig! Das sieht toll aus! Und im Dunkeln ist es noch besser! Wow! Sehr süß! Ich glaube, Natalie ist endlich bereit für ein paar perfekte Spiegel-Selfies! Hey, komm her! Wahnsinn! Oh, das ist so süß!